Es ist sehr schwer, ja? Nein, nicht in der Fall! Zur Kärmung bin ich gekommen durch einen Bekannten. Ich bin mal eingeladen gewesen. Das hat mich sehr gut gefunden. Ich habe eine tolle Lücke kennengelernt. Auch für das Geschäft. Ein interessanter Austausch-Moment. Was mir sehr gut gefällt, die Betreuung. Nächster Loch. Kann ich ein Video geben? Machst du ein Video? Löst ihn bitte. Prast du dich? Prost! 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 Das Essen ist sehr gut. Es ist gut organisiert. Wir haben immer den Frieden. Jede Spiel ist schön. Ich spiele 20 Mal im Jahr sicher. Ich freue mich jedes Mal. Ich hoffe, dass das neue Erlebnisse ist. Ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020